Wie weit im letzten Teil sind wir hier gestanden. Am privaten, die drei Leute herausstellen, wenn es was und es falsch sei. Und dann weiter gehts. Und vielen Dank für alle, die wieder eingeschaltet haben. Danke und bis geht's. Ich bin auf 30, ich reife aber trotzdem jetzt mit. 50 durch die Ampel. Charity Campus Mitte. Ihr könnt doch mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was für Spiele ich spielen soll. Welche ihr empfehlen könnt. Welche ich dann auch mal spielen könnt. Gern unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, freue die Kommentare. Ja, bei uns ist jetzt der Bass. Dann gehts auch ein Freibrams im Game. Und ja. Also was hier bei Gaming Let's Play alles erwartet. Darauf müsst ihr halt einfach warten. Aber es wird sicher auch spannend. Kann ich jetzt schon sagen. Also wir werden verschiedene Simulatorien zu anspülen machen. Ähm ja. Da werden wir dann halt auch alles, wenn es hier dann alles eh sehen, wenn es so weit ist. Ja. Ja. Dann fangen wir dann an den nächsten schon. Ja. Und dann geht es mir zu. Ja. Ja. Komm. Ja. Ja. Da ist die Kopfschmerzen, die doch nicht vorhanden. Robert Kochplatz Das war's für mein Kochplatz, nein, hier kommt Wieser aus Berlin, ich war schon vor Jahren einmal in Berlin, und ich wollte schon sagen, wie wieder, also, das ist nicht so was ich will nicht sagen, und deswegen, also draußen, da kann ich vielleicht ein bisschen mehr dran oder auf diese Lebenssticht ziehen, und hier, und das ist leider nicht zu verfahren, so, aus dem Verkehr komplett rausgeschaltet, aber wie wird zu viel schon raus, zumindest die ich nicht schmeißt, so, Ampel, würdest du vielleicht grün werden, ach nee, es klingt ja anderen, na gut, Zeit haben wir, also, jetzt da noch gar kein viel weg gehen, und was man so, während der Fahrt, kann man eben auch das Wetter ändern, eben zum Beispiel, aber eben zum Tag nicht, man kann nur zum Beispiel, da an der Bahnstation steht auch ein Vorsprung bis man abfährt, was derzeit auch eben keinen Fahrplan direkt sozusagen gibt, hätte ich Sinn gemacht, aber, die Möglichkeit gibt es, so, Ampel, danke, so, David, auch schon zu reden, Irgendwann sollten, dann auch Straßenbahnen, wir befahren, und auch zwei Busse, also auf euch auch schon auf jeden Fall, weil, so gut dann zu fahren, und dann mit KI verkehrt raus die Zeitlasten, ist daraus halt ein bisschen so, ah, gleich wieder grün, weiter geht's, so, auch schon so, jetzt sind wir gleich beim Hauptbahnhof, so, hier haben wir eine Spur, und der Standort noch mal wieder, ein paar gemünzten, so, ein bisschen leichter dran stehen, aber, wacht schon, oder? so, 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 auszuspultet jetzt, so, 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 jetzt ist es noch nicht mehr, die Zeit, wir machen, du warte, 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 warte... jetzt ist noch ein paar Leute schmecken da wo dieser Stadt sind, du warte, 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 warte! jetzt ist noch ein paar Leute, die Flans, warte, warte! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 So, Auto grün und los geht's. So, die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. So, Red Singer ist schon weit. So, die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 So, dann schauen wir mal kurz auf die Map. Also, ich weiß nicht, dass ihr erreicht habt, aber lasst euch dann erst in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, und dann tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.